So, da sind wir beim nächsten Artefakt, nämlich dem vierten dann für diese Woche. Das Ganze finden wir hier unterhalb von Lazy Lake, oberhalb von Misty, genau hier an den Wächter-Turm. Wir werden jetzt auch direkt da hingehen. Erstmal nochmal Danke an all die Kommentare und Likes. Ich freue mich wirklich über jedes Like, jeden Kommentar. Wenn du also noch nicht geliked hast, gerne Like dalassen. Wenn du auch kein Abonnent bist und nichts mehr verpassen willst rund um Fortnite, gerne ein Abo dalassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, kleid mir auch mal ganz gemütlich jetzt da runter. Denkt dran, vergesst nicht dem Busfahrer zu danken. Ich glaube, wir müssen dieses Season dem Busfahrer 300 Mal danken. Und man hat es ruckzuck vergessen. Das sind halt schnelle XP. Wir wissen ja alle, alle wollen so schnell wie möglich die Skins freigeschaltet haben. Hast du nicht gesehen, obwohl ich finde eigentlich, dass Leveln geht ziemlich easy diese Season. Aber bei mir ist so ein bisschen der Wurm drin. Und ich sage es ganz ehrlich, Leveln macht nicht mehr so viel Spaß. Aber wir kriegen es natürlich trotzdem hin. Und hier sehen wir auch schon das Artefakt. Zack, ganz einfach. Einmal für Thumbnail, einmal da ist es. Und dann würde ich sagen, vielleicht haben wir noch Glück. Und wir kriegen noch einen kleinen Gegner abgestaubt. Oder aber, ja, ich glaube hier kommt gar keiner hin. Aber das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Wie gesagt, die anderen Artefakte findet ihr alle auf dem Kanal. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch auf jeden Fall viel Spaß noch beim Leveln. Viel Spaß beim Suchen von den Artefakten. Und haut rein.